Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum heutigen Update zu Island. Wir haben den 19.01.2024 und gerade bei mir aktuell 17 Uhr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen und auch am Thumbnail erkannt. Wir haben eine signifikante Bodenhebung unter Swazengi, also hier. Darüber werden wir einmal sprechen in diesem Video und wir werden uns einmal über die Riftbildung unter Grindavik unterhalten, denn dort geht jetzt immer mehr ab, Boden reißt auf und Mitarbeiter fallen durch den Asphalt. Ja, ihr habt richtig gehört. Zum Glück ist keiner arg verletzt worden, zum Glück ist keiner in ein tiefes Loch gefallen, aber der Asphalt ist direkt instabil. Sobald man drauf tritt, sind die Arbeiter direkt abgesackt und das heißt schon was. Wir fangen an mit der Bodenhebung unter Swazengi. Die IMO will jetzt noch keine aktuellen Daten davon preisgeben, wie hoch die Bodenhebung aktuell ist, aber man kann anhand der Grafiken, auch die ich euch gerade hier einblende, sehen, dass wir ungefähr eine Bodenhebungsrate am Tag von zwischen 1 und 2 cm haben. Wisst ihr eigentlich, wie viel das ist? Wir reden da in einem Durchschnitt von ungefähr so 40 bis 60 cm pro Monat. Das ist wirklich gewaltig. So, und jetzt heißt es aber allerdings abzuwarten, denn daran wird jetzt mittlerweile auch noch geforscht und es könnte einmal natürlich mit der Magma-Intrusion zu tun haben. Es könnte aber tatsächlich auch noch mit dem tektonischen Prozess zu tun haben, der sich aktuell dort immer noch am Gang hält. Also das bedeutet, wir haben ja hier eine Rift-Bildung und der ganze Boden bewegt sich hier. Auch unter Swazengi natürlich. Überall bewegt sich der Boden und da kann der Boden dann durchaus auch an dem Sensor, der liegt jetzt hier ungefähr an diesem Punkt, soweit ich das richtig gesehen habe, und wenn der Boden Wellen schlägt, wenn der Boden sich deformiert, kann es auch sein, dass eine Bodenhebung fälschlicherweise wahrgenommen wird. Also nicht anhand von Magma-Intrusionen, sondern, also fälschlicherweise ist jetzt da auch der falsche Ausdruck tatsächlich von mir, dass der Boden sich einfach aufwölbt, ja, wenn der eine Boden, also ich hoffe mal, ich kann euch das jetzt so verständlich erklären, zum Beispiel, ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel, wenn der westliche Teil hier von Swazengi Richtung Westen driftet, ja, dann kann das passieren, dass sich der westliche Teil, ja, hier aufwölbt. So, und so könnte das dann passieren, dass dann der Boden sich an der Stelle etwas mehr hebt. So sieht es jetzt aktuell aus, aber die IMO wird dazu auf jeden Fall noch ein paar Daten mehr preisgeben, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. So, und die neue Grabenbildung, die wir jetzt hatten, die eventuell auch mit diesem tektonischen Prozess und der Bodenhebung bei Swazengi zu tun haben könnte, ja, hier haben die Arbeiter, die vor Ort sind, aktuell, ne, es sind jetzt Mitarbeiter wieder, also Arbeiter vor Ort und versuchen dann die Schäden an Häusern zu richten und auch die, ja, die Gräben, die sich jetzt dort wieder gebildet haben, also die offenen Stellen auch, die ich euch jetzt gerade hier auf den Bildern einblenden kann. Ja, da sind die Mitarbeiter momentan dran. Warum sag ich immer Mitarbeiter? Also diese Reparaturarbeiter, Straßenarbeiter, wie auch immer, ne, die füllen diese Risse wieder auf, ja, und da sind die Arbeiter teilweise durch den Asphalt gesackt, ja, also der hat richtig nachgegeben, so wie ihr hier auch auf den Bildern erkennen könnt, das ist wirklich unglaublich, ja, und unter Grindavik haben sich jetzt vermehrt, auf diesem, ich blende euch das jetzt gerade mal hier ein, so, auf diesem Streifen haben wir den neu gebildeten Diek, ja, so, und da sind Arbeiter halt wirklich teilweise abgesackt auf den Straßen, so wie ihr das auch hier gerade auf diesen Bildern sehen könnt, ne, also diese Löcher überall und wirklich unglaublich, ja, und die Arbeiter, die haben jetzt festgestellt und auch die Forschenden der IMO, dass sich gewaltige Hohlräume unter Grindavik gebildet haben, ja, das heißt, wir haben durch die magmatischen Gänge dort unten, ja, und durch diese Prozesse, die jetzt dort in Gang geraten sind, auch seit der letzten Eruption vom 4. Januar 2024, da haben sich echt Hohlräume gebildet und das habe ich auch schon in meinen vergangenen Videos erklärt, dass Grindavik im Untergrund aussieht wie ein Schweizer Käse, ja, und das ist halt jetzt, wie gesagt, festgestellt worden und da heißt es jetzt wirklich abwarten, ne, weil man hört jetzt so vieles, ich habe auch eben wieder in den Gruppen bei Facebook gelesen, ach ja, die übertreiben doch alle, ne, Leute, da wird einfach nicht übertrieben, ihr seid einfach nur nicht vor Ort und ihr wohnt da auch nicht, ihr habt mit diesem ganzen Prozess, der dort in Gang geraten ist, gar nichts zu tun, ihr habt gar kein Eigentum dort, ihr könnt euch gar nicht in die Lage dieser Menschen versetzen, dabei muss man auch, das erwähne ich auch immer in jedem meiner Videos, muss man wirklich sich darüber im Klaren sein, wenn man in vulkanische Gebiete zieht, das ist natürlich klar, aber die Grindavikings, die sind sich da wirklich sehr, sehr sicher, dass das halt kein größeres Problem darstellt, aber jetzt haben sie wirklich festgestellt, dass es doch ein großes Problem ist und wir haben jetzt auch gehört, dass die Versicherungen teilweise diese Schäden übernehmen, die Versicherungen sich aber tatsächlich noch querstellen, diese Summen zu bezahlen, weil dieser Prozess noch am Gange ist, ne, das heißt, wenn diese Reparaturen gemacht werden, kann es passieren, dass die reparierten Risse und alles mögliche, genau wie an den Straßen, wieder aufreißen und das bringt halt wirklich nichts, wenn man Unmengen an Geld da reinsteckt und diese Risse dann einfach wieder aufgehen, ja, und das müsst ihr wirklich bedenken und deswegen in den Facebook-Gruppen vor allen Dingen und auch unter meinen Videos, unterlasst diese blöden Kommentare, diese sinnlosen Kommentare, ihr könnt euch gar nicht in diese Lage hineinversetzen, ja, also, jetzt erwähne ich auch nochmal eben, ne, weil ich hab nämlich ein paar Kommentare von mir gelesen und, ach ja, du bist ja kein Vulkanologe, richtig, ich bin kein Vulkanologe, ich bin einer, der Daten sammelt und all diese Daten, die preisgegeben werden, euch in ein Video verpackt und sich Unmengen an Zeit nimmt, ja, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand bleibt, meine Lieben. So, an meine bestehende Community, ihr seid, was das anbetrifft, nicht gemeint, aber die Leute, die dort kommentieren, sind meistens die, die mich noch nicht abonniert haben. Kann auch sein, dass die von irgendwelchen verfeindeten Seiten kommen, die es jetzt irgendwie auf mich abgesehen haben, weil die haben ja jetzt erkannt, dass ich dank euch jetzt mittlerweile auf fast 100.000 Abonnenten bin und ich bin euch unendlich dankbar dafür. Ihr könnt auch an dieser Stelle, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, damit meine Videos qualitativ tatsächlich noch besser werden, gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen, ja, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es wird kein großer, kein großes Paket jetzt angeboten. Ich erwähne euch dann in den Videos zum Beispiel im Abspann, ne, dann werdet ihr angezeigt und ihr habt halt gesonderte Kommentare, also die gesondert hervorgehoben sind und alles Mögliche und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, meine Lieben, ich möchte das Video jetzt auch tatsächlich nicht über, ähm, also in die Länge ziehen. Ihr könnt gerne an dieser Stelle das Video kommentieren, ja, also einmal die Situation aus eurer Sicht erklären und wie ihr das Ganze einschätzt und mal antworten darauf, ob der liebe Patrick recht hat, dass gewisse Menschen einfach mal ruhig sein sollen, ja, die nicht in diesem Gebiet wohnen. So, ihr könnt gerne ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr immer rechtzeitig benachrichtigt werdet, wenn der Patrick ein Video hochlädt und auch der Rambo natürlich. Ich soll euch lieben grüßen von ihm und ihm geht's blendend. Er hat auch gerade schon sein Futter auf und hat auf jeden Fall auch schon, ja, er ist ordentlich Gassi gegangen heute. Ich war heute insgesamt, boah, lass mich nicht lügen, drei Stunden draußen? Ja, drei Stunden ist ein kleiner Hund. Der Mann sagt ja immer, kleine Hunde brauchen nicht so viel Auslauf, aber der Patrick geht wirklich viel mit ihm raus und ihm geht's gut. Ich beende das Video an der Stelle, macht es gut. Euer Patrick von Lüdo Produktion. Auf Wiedersehen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020